So, wir sind ja jetzt hier heute im EJT und schauen mal, Matthias, auf die Finger beim Kochen. Ja, also erstmal kochen wir nicht, sondern wir machen zwei Wiebel, mal schnuppern und mal schauen, was da rauskommt. Zwei aus dem CarLive-Team sind ja noch am Pufen, das heißt, die bauen noch an sich. Wir machen gerade eine Dokumentation für die Nachwelt, ja. Für die Nachwelt. Vielleicht filmen wir auch einfach mal so, dass das Licht da auch richtig gut rauffällt. Ach, schönen Tag, ja. Wir haben eine Zawibel und noch eine Zawibel. Bis zum nächsten Mal. Okay, beobachten wir jetzt einfach mal weiter. Morgen nachholen. Bitte? Ja, morgen nachholen ist der Kaffee. Ja, morgen nachholen ist der Kaffee. Ja, morgen nachholen. Ja, morgen nachholen ist der Kaffee. Nie, sea, lange nachholen ist der Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Rühre fein, rühre fein, das Frühstück wird gleich fertig sein. Reicht eine? Ja. Rührei, Pfanne, Matthias. Hat. Hat. Rühre fein, rühre fein. 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 Bis zum nächsten Mal. Der Tipp ist immer mal den Backofen erst auf Ober- und Unterhitze aufheizen und dann erst auf Umluft stellen. Das geht schneller. 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 Das geht schneller.